Du konntest mich mit deinem Wortgefecht bei Guja abwerben? Okay, was hab ich denn krasses gesagt, ey. Eigentlich so gar nicht. Ja, Droschmann, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Hab ich mich auch gewundert. Aber gut, Leute, jetzt das Game. Wir sind hier Tryhard, ne? Wir haben Scarface versprochen, einen Tag sind wir Grandmaster. Dann wollen wir mal einen Tag Grandmaster machen. Auch ganz spannend. Die Ward war schon gigantisch nutzlos. Wie viele LP hast du? Kannst du machen? Aus kurzzeichen Elo machen. Ganz 18. Okay, gut. Let's fucking go, we win, we win. Eventuell startet der halt an den Wölfen und macht dann diese Blue Strategie. Da bin ich halt am Blue dran und das wird ein bisschen auch aufklauen. Der muss back auf jeden Fall. Der verliert nichts, das ist das Wichtige. Wir können gleich mal für einen Toplane-Gang gucken. Wir wollen im Top-Mitticle spielen, ne? Die haben aber auch alle keinen Cleanse dabei. Das heißt, ich kann auch easy Botlane ganken, wenn ich Six bin. Die hat halt ihre E ab, ne? Das bedeutet, die ist relativ hard to gank. Aber wenn die so reingeht wie so ein Klopter. Das sieht gar nicht gut aus für den, ne? Okay. Ich dachte, der wäre einfach dead. To be honest. Was, was ich ja... Was... Was ist das? Wining بعد. Eigentlich will ich ihm da nichts geben. Mal gucken ob ich da was machen kann. Ich bin ziemlich gut dabei. Ich bin ziemlich gut dabei. Ich bin ziemlich gut dabei. Ich glaube der Topling wird gleich engagiert. Ich bin ziemlich sicher. Ich bin ziemlich gut dabei. Ich bin ziemlich gut dabei. Ich bin ziemlich gut dabei. Ich werde jetzt gucken ob ich gleich ein Bot gank hinkriege. Ich bin ganz gut hier in den Top Sack gelaufen. Dann hat der Krabbe nicht gemacht. Was ziemlich cool gewesen wäre wenn Yona den... Warum hat er den Filsticks nicht invaded? Das verstehe ich nicht. Ich bin ganz gut dabei. Ich bin ganz gut dabei. Ich bin ganz gut dabei. Kann er mal bitte mit mir schwingen. Können wir aber bitte den Filsticks... Punischen. Aber wieso denn nicht? Hallo? Wieso machen wir das nicht? Ich bin ganz gut bei mir. Ich bin ganz gut dabei. Wäre das der Z von gestern, dann hätte der mich da schon als Filzix 80, 100 mal invaded. Das ist ja mal gar nicht gut, der hat anscheinend keinen Flash mehr. Das ist actually quite unfortunate, dass der hier top ist, not gonna lie. Oh shit man. Bitte sparte mich nicht mit der Ult. Oh ja, sie kommt nicht ran. Okay. Ah okay, CBA. Ist sie freestet ihn da? Nein. Okay. Er hatte da auch bisschen mal. Aber, gefailt von mir. Ich weiß nicht, hat der schon wieder Ulda? Ich setze ihn hier trotzdem. Er ist so eine Maschine, ne? Der Champ ist so broken. Eine gute Mischung von beiden. Habe ich die Plates jetzt nicht bekommen? Oder habe ich die gerade bekommen? Geh ich die Mercs oder nicht Mercs? Ich glaube ich geh trotzdem Mercs. Ich müsste sie bekommen haben, weil ich habe keine Zahl aufblinken gesehen. Das hat mich gewundert. Oh, das geht nach Mauszeigern. Nicht wo man hinläuft. Ich vollidiot. Sejuani, Yasu, Yonsen. Ach ne, ich möchte mich hier weiter konzentrieren. Ah, die sind gerade auf Drake drauf, ne? Geben wir schon wieder den zweiten Drachen ab, oder was? Das ist ja ein Unding. Ich hasse es den Drachen abzugeben. Wir sind aber auch nicht drauf. Wichtig, den gegen Filzix rauszuziehen, damit er nicht in Range kommt, ne? Okay, die sind jetzt immer noch nicht zerstört. Die sind ja noch nicht drauf. Ach ne, das ist ja auch noch ein Schuss. Ich hab 5ier zu 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6 oder 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 7 Das war's. Ist auch my bad einfach, ist auch einfach my bad. Der Linearflash, du bohrst halt den Maul, du dummer Bastard. Ah, der Midlander darf ich nicht mehr sterben. Schönes Ding. Ich kann mal gucken ob ich hier top kommen kann. Ich kann mal gucken. Der Junge spielt halt super lane konzentriert. Also der spielt gar nicht für die Map oder sowas. Diese Botlink ist so fucking gigatrash. Oh mein Gott. Wenn die beiden nicht so schwer wären, dann wäre das Game früh. Aber gut, ist ja egal. Wir probieren ja das Game zu probieren. Oh mein Gott. 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 Kaisar ist nicht autofill, der hier ist Topmaner, unser Topmaner ist autofill. Wir wollen jetzt noch Botryd kriegen. Was macht die Kaisar denn? Alter. Alter. Hä, warum hockt der denn nicht? Ist der auch autofill? Oh Gott, oh Gott. Man merkt jetzt direkt diesen Level, diesen Skill Unterschied einfach. Der hat mich gerade querschnittsgelähmt gespielt. Ne, ich glaube es ist einfach Kack-Call, oder? Oder so machen wir es. Aber ist trotzdem Kack-Call, ja. Der würde mich ulten wollen. Was sie sieht, bis in die Zukunft. Die ist einfach morgen noch gestunnt. Sehr gut. Ist ja wichtig, dass wir die Drakes bekommen. Weil das ist auf jeden Fall Wind Condition hier, die Drakes. Die Gegner haben. Ja, die scalen. Ich meine, wir scalen auch richtig gut. Aber so wie die Kaisar spielt, haben wir den schlechteren auf jeden Fall. Oh, Terrible ADC. Dieser Blitzcrank, ne? Anstatt dass der nur... Kannst du nicht ausdenken. Kannst du nicht ausdenken, was ich hier für ein Team habe. Huck. Wenn er einfach hooked auf meinen CC. Ey, whatever. Whatever. So viel CC zu haben, ist so nice. Puh. Holy moly. Fühlt sich das gut an. Puh. Holy moly. Sollte sich nicht hinter den Barren stellen. Zumindest mach ich jetzt. Oh, rausgehen. Die will ist gut. Ja. Oh, rausgehen. Die will ist gut. Puh. Sehr gut. Ich hätte die Wave für den Ding. Sonst hätte ich hier nicht nehmen sollen. Wie man es kann. Einfach nicht sterben wird's. Ich kaufe hier. Was macht der? Er ist eine Maschine, I guess. Du bist so Omega, Giga, Hyper, Extra, Superfan. Nein. Ich hab einfach Schwarz bekommen. Ich hoffe der Fake nur an. Wir respekten gerade Fiddl, ne. Das ist gut. Und wir sollten auch hier Fiddl respekten. Ah, Fiddl ist dich zwar da oben. Dann go for it. Ah. Ich bin sowieso unkillable hier. Können die echt so lange chasen, ohne gepunished zu werden? Ah, wobei. Hier hat kein Mana schon, wenn der backt. Einfach auf eine Fiddl ult aufpassen. Unser Nash mal wieder maximal gut eingesetzt. Kapper. Ohne so viel CC zu haben. Kannst du nicht ausdenken, wie geil das ist. Maybe können wir sogar finishen, ne. Ist das gerade unser Plan? Ah. Wer fehlt der in den smiley? Ist das? Wer fehlt der in den Fire? Wer kann mich hier schön kaumvedaumen? Jungen, Junge, Jungi! Sichuani war so ein Powerpick, Alter, Vater. Sichuani mit den beiden Brüdern. Bruder muss'n los, ey. Ha, 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 let's go! What? Alter Patzer